Leute, heute habe ich einen weiteren kuriosen Tipp für euch, der in der Praxis gut eingesetzt werden kann tatsächlich, denn die meisten rennen vor einer Termitgranate weg, aber ihr könnt echt die Termitgranate als Cover benutzen, wenn ihr euch hinhockt und vielleicht euch so ein Stück weit davor heilen wollt. Kleiner Tipp, haut vielleicht ein, zwei Termitgranaten mit einmal hin, wenn ihr genug habt und ihr könnt euch tatsächlich heilen. Ich mache das jetzt einfach mal vor und dann zeige ich euch gleich mal noch, was man, also ich haue jetzt einfach mal zwei, drei hin oder zwei reichen und wenn ich jetzt noch ein Stück weiter weggehe oder mich nicht bewegen würde, in der mittlersten Flamme hättest du ein bisschen Cover. Kann ich in dem Video jetzt leider nicht ganz so gut vormachen, Moment, ich schmeiße mal einfach noch ein zweites, die dürfen wahrscheinlich nicht zu weit auseinander stehen und wenn du genau in der Mitte, im zentralen Punkt bist und die nicht zu weit auseinander platzierst, kann man sich tatsächlich dahinter kurz verstecken, weil kein Gegner, wenn er nicht vorher gerafft hat, was du da gerade vor hast, pusht das Termit. Und ich kann euch schon mal sagen, wenn ihr euch dahinter versteckt, es reicht definitiv für eine Zelle, es reicht auch definitiv, Moment, für eine Batterie, verdammt, jetzt habe ich keine Batterie dabei, aber ihr könnt euch sicher sein, es reicht für eine Batterie und es reicht für eine Spritze. Ja, das mache ich jetzt auch mal noch vor, aber für ein Medikit wird es knapp, da bleibt ungefähr noch eine Sekunde übrig, aber eine Sekunde kann man glaube ich akzeptieren, jetzt bin ich schon wieder scheiße vorbereitet, mein Gott, das ist ja schon wieder spitzenmäßig von mir, Moment, so viel Zeit muss sein, jetzt hauen wir das Ding jetzt aber hier noch ganz flott hin. Wenn wir das Teil schon ausgewählt haben und dann sofort aktivieren, könnte es sein, dass die Zeit gerade so reicht, ansonsten bewegen würde ich mich nicht, weil dann seid ihr definitiv sehbar, weil so fett ist das Cover nicht okay, ein bisschen über eine halbe Sekunde bleibt übrig, aber es lohnt sich das vielleicht einfach zu probieren, zumindest rennt keiner ins Termit, weil das ja ziemlich dumm wäre.